Mein Name ist Linus Bill, ich bin bald 32 Jahre alt und ging auch hier zur Schule und habe 2008 mein Studium hier abgeflossen. Ich erzähle euch in dieser Präsentation jetzt vor allem meine freie Arbeit. Parallel dazu arbeite ich aber auch immer als Fotografin auch ein Verhältnis für verschiedene Leute. Aber um das ein bisschen einzuschränken und dass es nicht allzu lange geht, ist es jetzt auch auf die freie Arbeit beschränkt. Es sind ziemlich viele Bilder, aber ich mache dann auch oft ein bisschen schnell und muss auch nicht immer zu jedem Bild etwas sagen. Also ich glaube eigentlich angefangen hat es oder woher das kommt, wie ich arbeite, ist. Ich habe früher als Kind oder Jugendlicher sind wir viel Skateboard gefahren und beim Skateboarden ist eigentlich immer so, das sind Videos sehr wichtig. Also eigentlich alle Skateboarder filmen immer was sie tun und dann schneiden sie das zusammen und machen ein Video davon und andere Skateboarder können das dann schauen. Und da gibt es eigentlich so eine Tradition in diesen Videos, dass am Ende beim Abspann kommen immer so die, ja nicht Making-of-Szenen mehr, sowas halt nebenbei, neben den Tricks noch so passiert ist, eigentlich so ein bisschen, was die Zeit, die man zusammen verbracht hat, die das zeigt und so. Und mir haben diese Abspannen eigentlich immer am besten gefallen. Das war sowas, was mir am wichtigsten war. Das war eigentlich nicht das Hauptding des Rollbrettfadens, die Tricks, sondern mehr so das Zusammensein. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen das nicht mehr zu filmen, sondern mehr zu fotografieren. Ich habe dann auch noch eine kleine Kamera, die ich immer dabei haben konnte, nicht so aufwendig wie die große Videokamera. Und habe eigentlich diese Bilder gemacht und erstmal gesammelt, so wie so ein Archiv angelegt, ohne damit schon zu arbeiten. Bevor ich hier an die Schule kam, war ich ein Jahr an der F&F Schule, die ist auch in Zürich, da an der Fotoklasse, weil ich habe die Aufnahmeprüfung für den Vorkurs hier in Zürich nicht bestanden. Dann bin ich ein Jahr an der F&F Schule und habe dann gedacht, wann mache ich danach dann hier die Aufnahmeprüfung. Und das war dann eigentlich meine Arbeit, meine Mappe für die Aufnahmeprüfung. Und an der F&F Schule, da kam ich ziemlich blind hin, also da war ja meine Mappe für die F&F Schule, das waren alles so schwarz-weiss-Fotos, ganz grobkönig und alles mit Fischauge-Objektiv-Fotografie. Weil das kam auch von diesem Skateboard-Ding her, da haben wir natürlich Fischauge mit möglichst viel drauf zu haben. Und da waren dann zwei Lehrer, das waren eigentlich Assistenten an der F&F Schule, die haben so beim Labor oder beim Studioaufnahmen assistiert. Das war Nick und Melanie hießen die. Und die haben dann an einem Tag, haben die einfach mal so gefragt, was kennt ihr eigentlich oder kennt ihr das? Und wir hatten keine Ahnung, wir kannten nichts. Und dann haben die am nächsten Tag zwei so Bananenkisten voll mit Büchern mitgebracht. Und da gibt es für mich so eine neue Welt auf. Das waren alles Arbeiten, ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Ich habe das noch nie gesehen. Das waren so, also an William Eggleston erinnere ich mich, oder Larry Clark Bücher hatte es. Und das war für mich ganz krass, weil ich das überhaupt nicht kannte. Das war für mich ein ganz wichtiger Eindruck und auch bis heute noch sehr viel Arbeiten, die ich kenne, lerne ich durch Bücher kennen. Also für mich ist das Buch ein sehr wichtiges Medium, eigentlich besonders für Fotografie, um die Arbeit anzuschauen. Ich verstehe auch sehr viel über Arbeit, eher in Buchform als Berge, ausgestellte Berge. Gut, und dann wollte ich dann unbedingt selbst auch ein Buch machen. Und dann für die Mappe habe ich mit Bildern aus meinem Archiv gearbeitet. Und vom Buch her kommt er an die Doppelseiten. Und dann sehr formal gearbeitet als inhaltlich. Also Doppelseiten und Abfolgen, das erprobt eigentlich. Und geschaut, was passiert bei den verschiedenen Literpaaren, was passiert in der Abfolge. Und dann das nächste, ja das war dann die Aufnahme und ich hatte dann Glück und wurde aufgenommen und durfte hier studieren. Und dann hatte ich nochmal Glück, dann ist eine Großtante von mir gestorben und die hatte keine Kinder und keinen Ehemann oder so. Die waren allein und so nach Gesetz hätte dann eigentlich die Generation meiner Eltern geerbt. Aber die hatten so ein Testament, bei dem sie wie so eine Generation mit gebrühten hatten und eigentlich allen Großkindnen, das hat sich dann so stark geteilt, aber Geld vererbt hat. Und das war für uns in diesem Alter natürlich viel mehr Geld, dass wir unsere Eltern verbrüht hätten und dann eben die Ferien gefahren wären und so. Und dann mit diesem Geld habe ich mein erstes Buch finanziert eigentlich. Und das waren dann zum Teil wieder Bilder, die ich schon hier verwendet hatte und zum Teil wieder neue. Ich habe eigentlich dann hier an der Schule weiter gearbeitet und immer das so in meine Kisten gepackt und dann einfach aus diesem großen Wunsch heraus ein Buch zu machen. Da haben sie auch ein Buch gemacht und ich weiss nicht, ob ihr viel seht, aber ihr könnt es da noch durchschauen. Vielleicht zum Titel. Der Titel war eigentlich, was ich dann hier an der Schule kam, kommt plötzlich auch viel auch um Theorie und so. Sonst ging es darum, dass Fotografie, das zeigt ja nicht die Wahrheit, das ist immer der Autor, der da eine Haltung einnimmt. Und ich fand das sehr langweilig, weil ich fand das sowieso, dass es war klar für mich, dass es so nicht darum geht, etwas Dokumentarisches zu sein oder irgendwie so groß etwas über eine bestimmte Gruppe von Leuten zu erzählen. Sonst ging es viel mehr einfach um meine Sicht auf die Welt oder viel mehr um bildliche Sachen, also nicht sehr um erzählerischen Inhalt, so eins zu eins. Das heißt, eher auch um vielleicht so Absurditäten im Alltag oder so. Und mit dem Titel, Pistol, my mangel, tell me it's raining, wollte ich das so ein bisschen in eine Richtung lenken, wo klar wird, dass mich diese Wahrheitsfrage oder Realitätsfrage eigentlich nicht interessiert, dass ich lieber die Geschichte erzählt kriege, die gut ist das, die Wahrheit die vielleicht nicht so gut schwingt. Und es ging auch viel, also was mich interessiert und dann auch da schon eigentlich das Bildaufbau vom Bild und die Farben und Formen so eigentlich. Das wäre zum Beispiel eine Seite, die ich auch schon in den letzten, die habe ich dann einfach so übernommen, wenn es gut war. Ein so Vorwurf oder ein Kritikpunkt, den ich immer wieder zu hören gekriegt habe, war eigentlich, das ist so, das ist das Leben, das du zeigst, zu brav oder so, zu anständig. Und es wäre interessanter mit ein bisschen mehr Drogen oder Sex oder Gewalt oder so. Und deswegen habe ich das Bild da rechts eingenommen. Ja, das ist das Stempelfälschen, wenn ich so in den Club bekomme. Es war etwas so, das Kriminärste, was ich gemacht habe. Ja, ich habe auch das Ding da natürlich, ich habe eben diese Überlegungen so komisch, das sind so. Schlimmes Schicksal, damit es interessant ist. Ich habe auch noch Sachen aufgeschrieben, ich schaue, ob ich was vergessen habe. Also, das ist zu knurig. Ja, ja, ihr Nechtsachen für die Bücher. Ja, danach, nach dem Buch haben wir so eine Ausstellungsreihe gemacht in Hamburg. Das war nämlich vier Wochen und jede Woche, hier mal anders eine Ausstellung. Das war jetzt so meine erste Ausstellung. Und ich hatte nicht so eine Ahnung, wie ich das machen will. Ich wusste einfach, ich möchte nicht in der Dunkelkammer Vergrösserungen machen. Das war halt alles auch negativ. Da musste man da... Arbeiten wir noch mit der Dunkelkammer? Ja. Aber ja, da war das ja... Ich wusste, ich habe keine Lust dazu. Mir entspricht die Qualität auch nicht von diesen Vergrösserungen. Ich hätte lieber etwas Gedrucktes, also mir hat das Bild gedruckt im Buch, das war eigentlich für mich das Richtige. So stimmt das für mich. Und ich habe eigentlich einen Weg gesucht, wie ich damit in einer Ausstellung arbeiten wollte. Das war, wie das Buch auch, 2006 war das. Und ich habe dann einfach mit Laserprints versucht. Die Qualität vom Druck von den Park Laserprints war für mich so am nächsten von einem Druck im Buch. Auch was ich mir leisten konnte. Aber man war in der Größe limitiert. Und ich wäre gerne auf Größe gegangen, aber das war nicht möglich. Und auch mit der Hängung hatte ich keine Ahnung. Und das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Teammanns inspiriert. Und das war damals sehr groß. Und ja, auf jeden Fall war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich war so mit dem Buch zufrieden damals, aber mit der Ausstellung überhaupt. Es ist für euch sehr unscharf. Aber versteht ihr das? Auf jeden Fall habe ich dann auch wieder zur Ausstellung etwas Gedrucktes gemacht. Ein kleines Heft, schwarz-weiss. Ganz schnell einfach hier an der Schule gedruckt. Weil ich einfach dachte, die Ausstellung, die dauert eine Woche. Das zählen so und so viele Leute. Und dann ist es vorbei und ist wieder weg. Und dann habe ich gedacht, was Gedrucktes. Das habe ich dann bis heute. So, das bleibt. Das kann man auch viel besser verteilen. Das kann man in Buchhandlungen schicken. Oder sonst verschicken. Das ist wie so. Das kommt in Umlauf. Und die Ausstellung ist halt sehr limitiert. Und auch immer wieder. Ich habe eigentlich den einzelnen Bildern nie Tiefe gegeben. Immer nur Serien von Bildern Tiefe gegeben. Und die Arbeit dann so. Ja, um das so in eine Richtung zu geben. Aber auch den einzelnen Bildern. Ja, davon sieht man genug. Alles was man wissen muss, ist drauf zu sehen. Da braucht es nicht noch zusätzlich einzelne Titel. Aber die einzelnen Bilder, die bleiben drinnen von der Serie. Oder die können auch transportiert werden. Und die können reisen zwischen den verschiedenen Serien. Zwischen? Zwischen den verschiedenen Serien können die Bilder reisen. Also da jetzt bis jetzt ist alles einfach dasselbe. Also es ist einfach eine Arbeit da. Wie gesagt, hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Fotografie. Wie ich diese als Werke hinkriege. Also für mich in Büchern hat es funktioniert. Aber so als Werke zum Ausstellen hat es nicht gestimmt. Und ich war nur zufrieden. Und was mich auch gestört hat mit der Fotografie war, ich hatte stark das Bedürfnis für mich etwas arbeiten zu können. Sie hatte so diese romantische Vorstellung auch von Künstlern, der in seinem Atelier malt oder zeichnet oder so. Ich hätte das auch gerne gemacht. Aber bei meiner Arbeit musste ich einfach raus und etwas erleben, damit etwas entstanden. Und ich hätte sehr gerne für mich arbeiten können. Und ich war dann ein halbes Jahr in Paris, in einem Atelier und hatte da eigentlich nichts zu tun. Ich kannte auch niemanden. Und hatte eigentlich da diese Situation, von dass ich eben alleine bin und selber und sowas. Aber wenn ich gezeichnet habe, dann schon während dem Zeichen hat mich immer der Mut verlassen. Ich meldte so, ah es wird scheiße, es kommt nicht gut. Dann habe ich gar nicht fertig gemacht. Oder ich wusste vielleicht nicht wann fertig ist, oder zu lange. Es war nicht gut. Und dann habe ich mich trotzdem so ein bisschen an der Fotografie festgehalten und habe mit Fotogrammen eigentlich gearbeitet. Also ich habe, ja ich habe einmal in der Dunkelpanel eigentlich gearbeitet, und so auf Fotopapier. Und habe halt so Taschenlampen so ein bisschen so modifiziert, dass nur ganz wenig Licht rauskam, dass ich eigentlich zeichnen konnte. Und das Gute war halt, dass ich nicht sah, was ich machte. Und nicht sofort enttäuscht werden konnte. Und wenn ich es dann entwickelt habe, war es fertig und ich konnte auch nicht mehr daran reitragen. Das war eigentlich wie so. Die Arbeit war gemacht, es ging dann nur noch um die Auswahl. Und da habe ich dann alles so Gesichter gezeichnet. Und auch der Titel hier kommt wieder. Also meine Freundin war damals schwanger und ich war in Paris und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, es gibt ein Kind. Und zwar auch so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich ein bisschen überlegt. Dann habe ich so die Sichter gezeichnet. So vielleicht, also wie könnte das Kind aussehen, oder wie, was könnte sich das Kind für Freude wünschen. Und so der Titel ist, also eine Sammlung von Kindesprüchen. Das ist eine Antwort von einem Kind auf die Frage, wie kommen die, oder wie macht man Babys, oder wie kommen Kinder zur Welt. Und das hat auch, also meistens macht man die im Haus, aber im Sommer kann man die auch draußen noch. Und das Buch, da haben wir auch eine, es gab eine Publikation davon, und eine Ausstellung, und die Publikation, was da gut ist, da haben wir 1 zu 1, eigentlich die Größe der Arbeiten, ist im Buch 1 zu 1 wiedergegeben. Und auch das Papier ist eigentlich sehr ähnlich, wie Fotopapier. Und das hat sehr gut das Buch funktioniert. Ich habe dann auch, nachdem, das war die erste Ausstellung, die war in Zürich, da haben wir es einfach in einer Reihe etwas tief gehängt. Und nachdem nach der ersten Ausstellung einige gekauft waren, habe ich dann bei späteren Ausstellungen einfach die Seiten aus dem Buch gerissen, und im Rahmen gemacht, und mit dem Original gemischt, hat niemand gemerkt. Und, hat es einfach so genannt. Es ist einfach die gleiche Arbeit an verschiedenen Orten, und hat verschiedene gehängt, je nachdem, wie die, die Möglichkeiten sind, oder wie die, der Situation entsprechend eigentlich so. Und auch, dass es mich nicht langweilend, dann das gleich zu zeigen. Das war, das war, das war, zusammen mit dem Buch, mit den Gesichtern, war, habe ich wieder so eine Schwarz-Weiss Kopie gemacht. Damit das nicht, ich dachte, das war sonst so ein komischer Druck, nachdem vor den Hals die Bilder waren, wollte ich so, da kam einfach mit den ersten 100 verkauften Büchern mit dem Gesicht, und kam noch dieses Heft dazu, das hiess, Please Marry Me, und war so, ein Highlights-Antrag eigentlich. Weil früher war, ich glaube heute ist das nicht mehr so, aber damals war das so, wenn man als Vater wollte, dass das Kind seinen Nachnamen hat, geht das nur, wenn man heiratet sonst nicht. So, mir war das wichtig, dass das Kind meinen Namen enthält. Das ist die Rückseite, fertig. Und dann, ähm, war wieder eine Ausstellung, und ich wusste wieder nicht so recht, wie ich jetzt mit den Bildern umgehe, wie ich die zeige damals, dann habe ich jetzt mit, äh, das war 2000, 2008, äh, damals, dann habe ich es dann mit Zellprinz versucht, und habe da noch einen Freund angestellt, der mir geholfen hat, die zu printen, weil ich es nicht alleine geschafft habe. Und als es dann so gehängt war, das waren jetzt nur, drei, zwei, Rände, äh, und dann fand ich sie ziemlich so langweilig, es hat mich, ich habe es so hingehängt, aber es war so, es hat mich so kalt gelassen, da war nichts für mich. Und, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, für jede Ausstellung etwas Gedrucktes zu machen, äh, habe ich auch für diese Ausstellung wieder, im Vorfeld eine, äh, Publikation gemacht, die hier, die Marole Moveno, äh, und das Gute war, also es war, war sehr unter Zeit drüber, aber das Gute war, äh, Urs, ein Freund von mir, hatte, äh, eine, äh, Maschine gekauft, äh, äh, ein Risograph, hieß der, aber ich kannte das nicht vorher, und, das ist eigentlich wie ein Kopiergerät, aber man kann nicht einfach nur, äh, schwarz drucken, oder farbig, sondern, also es druckt einfarbig, aber man kann die Farben drucken. Also er hatte dann eine, äh, blaue, eine grüne und eine rote Trommel, äh, und so konnte man einfarbig, farbig drucken. Ähm, ähm, der hatte diese Maschine gerade neu, und wir waren sehr motiviert, die auszuprobieren, also, was kann man damit machen, und was denn die Kategorie aufstellen, und da hab ich das kommt, äh, gemacht, ein Buch für die Ausstellung, und, äh, ich hab dann wieder aus dem Archiv bildet, die ich noch nicht verwendet hatte, oder zum grössten Teil noch nicht verwendet hatte, meditiert, in eine Abforderung gebracht, und eigentlich drei Kapitel gemacht, die aber inhaltlich sich nicht unterscheiden, die eigentlich nur nach den Bildern gingen, also, dass ich mir überlegt habe, welche funktionieren gut im grün, und welche funktionieren gut im grün, und welche funktionieren gut im grün, und welche besser im rot. So. Ähm, ja, wie gesagt, das Gute war, das ist, das ist, das ist, wir haben das in einem Tag und einer Nacht eigentlich gedruckt, und fertig, und dann noch zum Buchbilder gebracht, war, wie schnell und direkt man eigentlich so ein Buch produzieren konnte, und wie unabhängig eigentlich dadurch, dass man das alles selber machen kann, fand ich super, also, man ist dann in der Auflage beschränkt, das war dann, 100 Stück oder so, aber, äh, das reicht eigentlich auch, das reicht man auch schon viele Leute mit 100 und 13 Pleinen. So, was dann gebunden, äh, das war für mich extrem wichtig, dieses Buch, ich fand, was für mich so gut war, die, die Bilder, das war auch, was ich vorhin in meinem ersten Buch erzählt habe, wie dieses, dass das immer so dokumentarisch gelesen wurde, hat mich eigentlich immer gestört, weil es für mich überhaupt nicht das ist, und auch nicht das, was mich interessiert. Und dadurch, dass die jetzt einfarbig wurden, und auch noch in einer ungebunden Farbe, nicht in Schwarz, kamen die Bilder noch viel mehr, also, die kamen weiter weg vom Dokumentarischen und viel mehr eben einfach zum Bild, zum, das, zum Bildnischen, so. Und, äh, auch die Mischungen in diesem Buch war es, fand ich sehr gut, weil es war nicht nur noch so dieses, meine Freunde und ich, und wir hatten eine gute Zeit, äh, und zwar eine gute Mischung zwischen, äh, immer noch Porträts, also Leute, aber auch gesehenen, oder so vorgefundenen, und absurden, oder auch nicht direkt entschlüsselbaren, oder auflössbaren, und auch schon, und auch erste, so abstrakte Bilder, die wir dann eigentlich, in diesem Buch treten. So. Was halt wirklich nur noch Form und Farbe war. Ähm, und dann eben, hatte ich diese Ausstellung und den Zeppelin, so schön im Raster an die Wand gehängt, und Glasbäume dran, und dazu das Buch, eigentlich das einzige, was mich interessiert hat, war das Buch und die Ausstellung überhaupt nicht. Und dann habe ich, ich wollte aber eigentlich Ausstellung machen, und das hat mich interessiert, und ich habe nach einem Weg gesucht, wie ich meine Bilder eigentlich in eine physische Form bringen kann, die ich gerne zeige, die ich gerne einstelle. Und, da ich mit der Qualität von den Bildern im Buch so fasziniert war, eigentlich habe ich versucht, eigentlich genau das Gleiche einfach grösser zu machen, dass es auch an einer Wand funktioniert. Und dieser Isograf, das funktioniert eigentlich wie Siebdruck, der spannt ein Sieb auf diese Trommel und drückt die Farbe durch, eigentlich ein kleiner, automatischer Siebdruck. Und dann habe ich, einfach angetan, die Bilder als Siebdrucke zu machen. Und das war super, weil, das war vielleicht auch wieder so, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich so ein bisschen, Wunsch hatte, oder habe, im Atelier zu sein, und zu arbeiten, und mit Farbe zu arbeiten. Da konnte man natürlich mit Farbe arbeiten, es war Handarbeit, es war auch nicht zu kontrollieren. Die Technik, so wie ich das mache, mit dem Siebdruck, hat immer eigentlich, kommen da immer Fehler rein. Und, äh, diese Fehler und Ungenauigkeit, Dinge, die ich nicht kontrollieren konnte, die aber in vielen Tellen, oft noch eigentlich was dazu geben. das, das kriegt was haptischeres, oder so, ein bisschen graueres, nicht so das saubere, mit den weißen Handschuhen, und so, das ist eigentlich was ich gesucht habe. Und jeder wird eine Edition haben, oder? Ja, die sind eigentlich, äh, ich habe immer mehr wegedruckt, die Idee war eigentlich, dass ich dann immer 5 habe, die sind 70 cm, mal 100 cm, also 70-100 cm. und die Idee war eigentlich, dass hier mindestens 5 dann habe, weil die Edition 5 ist, das hat aber ganz oft nicht geklappt, und ich hatte nur ein, zwei oder drei, das ist das Schlimmste, wenn man dann hinterher nochmal das selber Bild hätte drucken müssen. Morena hatte eigentlich noch, eines zu gut. Ja. Ja. Aha. Ähm. Diese Einfarbigkeit kam eigentlich von dieser Maschine, von diesem Druck, von dieser Druckmaschine, die diese drei Farben hatte, bei einigen Bildern hat das extrem gut gestimmt, da war blau genau das Richtige, oder so war das gut, bei anderen war es vielleicht eher ein Kompromiss, und dachte, ah, das wäre doch wieder besser, farbig, und dann habe ich auch angefangen, vierfarbige Siebdrucke zu machen, wieder und die dann zu mischen, da habe ich eigentlich vom Fondant, da war wie so alles offen, plötzlich habe ich für jedes Bild die ideale Form oder Farbe gesucht, und das so gedruckt. Und auch die Mischung war mir dann halt immer wichtig, so von den verschiedenen Bildern, das ist nicht zu klar, das war dann zweifachig gedruckt, und ich habe dann einfach so, Technik ist für mich immer sehr wichtig, einfach oft auch ein Grund, wieso ich überhaupt in eine bestimmte Richtung gehe mit der Arbeit, oder wie ich auch neue Sachen finde, ich denke das auch oft mit der Technik an, die mich eigentlich interessiert, also dieses Buch gedruckt, habe ich einfach, weil mich das interessiert hat, wie diese Maschine geht, und hier war dann ein B mit zweifachig gedruckt, wenn ich eigentlich ein, ein vierfachiges Bild hinzukriegen, weil es ist sehr aufwendig, wenn man vierfachig gedrucken muss, muss man vier Sieben machen, und dann viermal gedrucken, und dann habe ich einfach so die Farbkanäle in eine Nachricht kapiert, zweifachig und es gibt dann auch keine andere Farbstimmung. Die sind wieder einfach, ja, also verschiedene Orte, verschieden gehängt und so. Genau, und dann, in Amsterdam gibt es das, ich weiss gar nicht wie man das sagt, vor dem Museum, so ein Fotografiemuseum in Amsterdam. Die haben mich gefragt, ob ich eine Ausstellung machen würde, und ich dachte, super, ja, sehr gerne, ob sie mir Pläne von den Räumen und Fotos schicken können, und sie haben gesagt, ja, es ist oben im Project Space, und das ist eigentlich die Bibliothek, und die Fotos dann so aus, die sie mir geschickt haben. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich ja im Internet gesehen habe, dass sie unten ein Stock tiefer haben, so Riesenräume, sehr hoch und richtig so toll, und ich habe gleich gedacht, wow, oder so, und da hatte ich eigentlich keine Ahnung, ich wusste nichts, was ich da zeigen könnte, was mich motivieren würde, oder so, und dachte dann aber trotzdem, ist es gut, ist ja eigentlich toll, eine Ausstellung machen, in Amsterdam, das war super. und dann habe ich eigentlich ein Modell, das war im dritten Stock, und ich habe da ein Modell gebaut, von den Räumen im zweiten Stock, einfach in 1 zu 10 verkleinert. und da habe ich dann auch die Bilder 1 zu 10 verkleinert, eigentlich reingehängt, wie so meine Retrospektive oder so, reingehängt. Und so waren dann die Installationsbilder. Was ich hier gut fand, war, ich musste da so ganz kleine Rahmen bauen, und da konnte ich nicht so, mit so 45 Grad Nettung, das so schön machen, das war da so ziemlich, halt 4-Voltz-Stücke auferlauben. Und das war, bei dieser Ausstellung, das ist mir dann, was ich einfach dieser Ausstellung mitgenommen habe, waren diese Rahmen, und ich dachte, aha, ich möchte meine Bilder, so Rahmen, so einfach, nicht so schön, und schick, sondern einfach selber machen, sowas genommen. Ja, und dann habe ich das so gemacht, dann habe ich angefangen, die Rahmen selber zu bauen, für die Bilder und das eigentlich selber zu bauen. Genau nach dem System, wie ich das in ganz klein gemacht habe, habe ich das einfach wieder, vergrössert. Bei den Bildern, bin ich eigentlich immer mehr weggekommen, so vom Abbilden, mehr zum Abstrakt. Und auch so, weil das oft so auffällig war mit dem Druck, mit diesem Motto, das ist 1,80 groß, mal 1,30 oder so, und das muss man auch noch mehrere Male drucken, weil das nicht in ein Mal geht. Und, dann hast du vielleicht so, ganz aufwendig, ein Bild gedruckt, und, aber am Ende nicht zufrieden, dann habe ich angefangen, weiter an den Bildern zu arbeiten, bis ich zufrieden war. Also hier hatte ich jetzt, einfach alle diese Linien, und ich glaube, es waren noch nicht der, und dann habe ich noch den Roten und den Green gemacht, und dann war es gut. Also einfach so, dass ich an den Bildern weiter gearbeitet habe, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es... Also ich habe dann eigentlich, am Computer habe ich diese zwei Linien gemacht, und dann habe ich mich nicht getraut, das von Hand zu malen, und habe es dann auch wieder gedruckt. Ähm... Es sind einfach verschiedene Große gelangt. Es war dann eine Ausstellung in Bern, und da waren die Räume, ein bisschen schwierig, eigentlich, für Arbeiten, die an der Band sein sollten, und da habe ich die Arbeit ein bisschen den Räumen angepasst, und da war es nicht hoch genug, dass das oben stehen konnte, und dann habe ich ihm, äh... Füße gemacht, und dann konnte man auch... Diesen Arbeiten habe ich dann mit den einzelnen Arbeiten den Titel gegeben, und das hat dann auch einen Weg, ohne so Bandlabels machen zu müssen, wie man den Titel vielleicht in die Anstellung integrieren kann. Im hinteren Raum hatte es, äh... Bänke, das ist ein ehemaliger Warteraum, und... Ja, beim Machen habe ich ihn jetzt zu hoch, ah nein, genau, das Bild eigentlich erst quer, und dann hätte es Platz gehabt, und dann habe ich entschieden, nein, quer ist es nicht gut, es müsste hoch sein, und dann hatte es nicht mehr Platz, und weil ich jetzt die Rahmen auch selber machte, und dann hat man plötzlich mehr Freiheit, und dann habe ich es einfach gemacht, dass es halt sitzt. Wie ist es mit der Zeit? Wie ist es mit der Zeit? Wie ist es mit der Zeit? Okay, ich muss ein bisschen vor kurz. Dann war, äh... Ich bin dann zurück, von Zürich wieder nach BIL gezogen, wo ich auch aufgewachsen bin, und in BIL gibt es ein Fotoforum, äh, mit mehr oder weniger interessantes Programm, und... Aber sehr, so strikt, so ganz klar, auch Fotografie, sehr klassisch, und wir haben mich geklaut, für eine Ausstellung zu machen, das fand ich eigentlich gut, aber für mich war klar, dass ich das nicht alleine machen möchte, weil ich schon da wohne, und dann in der eigenen Stadt, in der man schon wohnt, die sowieso schon klein ist, ja, dachte ich eigentlich, bringe ich lieber noch, äh, mehr Leute mit auch, mit der Hoffnung, dass, weil ich sonst das Programm vom Fotoforum nicht sehr spannend fand, vielleicht ist, ja, etwas, ein bisschen eine spannende Ausstellung. Äh, und ich habe dann, äh, Patrick Harry und Tim Ulrichs gebracht, Patrick Harry hat auch mit uns hier studiert, und ich habe eigentlich nach Leuten gesucht, die den, ja, die dem, ähm, ein bisschen erweitert mit Fotografiearbeiten, nicht sehr direkt. Und Patrick arbeitet viel mit, also mit Fotografie, so als Ausgangspunkt, aber, äh, kommt dann damit eigentlich so zu Installationen, oder Skulpturen. Und Tim Ulrichs ist eigentlich ein Konzeptkünstler aus Deutschland, ist schon äh ä älter, 70, oder ein bisschen älter, und hat viele Arbeiten gemacht, bei denen er Fotografie benutzt hat. Ich habe weitergemacht mit dem Großformat, auf dem ich weitergearbeitet habe. Für mich war es wichtig, dass es nicht unbedingt immer bei jedem Bild von Anfang an klar war, dass es sich um Fotografie handelt, obwohl alles Fotografien waren. Mit diesem Überarbeiten eigentlich habe ich die Bildung noch einmal in eine eigene Welt gehoben. Was ich eigentlich schon von Anfang an auch beim ersten Buch gemeint habe, mit dem Bild, dass es eigentlich um meine ideale Welt vielleicht geht, oder meine Fantasiewelt, in der es auch andere physikalische Gesetze oder Regeln gibt, als vielleicht bei uns. Und zur Ausstellung gab es einen Katalog. Leider habe ich es nicht geschafft zu dritt einen Katalog machen, weil alle verschiedene Ideen hatten. Und dann hat jederzeit einen Katalog für sich gemacht. Da die Ausstellung so ein bisschen nicht sehr auf Fotografie ging, wo ich den Katalog sehe, ein sehr klassisches Fotobuch machen. Mit so gestrichenen Glanzseiten, Leisten, Raunden und Fotos. Und ich habe alles Bilder eigentlich aus dem Atelier beim Arbeiten, ja sehr dokumentarisch. Der eigentlich den Prozess, den Entstehungsprozess, den Arbeiten zeigt, die dann in der Ausstellung zu sehen. Und was mich hier interessiert, ist eigentlich immer so dieses Wiederverwerten von der eigenen Arbeit. Also eigentlich, dass man quasi an einen Punkt kommen könnte, an den man gar nichts mehr braucht, sondern sich so immer wieder das eigene wiederverwerten kann. Also eigentlich, dass die Bilder, die hier im Buch sind, sind dann auch wieder Werke, die auch wieder ausgestellt werden können. Gut, möchte ich noch? Also, und dann eine etwas komische Anfrage vom ADC, das ist der Art Directors Club. Das ist eigentlich so ein Club der Werbebüros. So ein bisschen von der Branche führt die Branche, die machen das auch selber. Und da kann man Arbeiten, werden da eingeben und dann von einer Jury prämiert. Und dann wird die beste Online-Werbung, die beste Plakat-Werbung, die beste Facebook-Werbung und so werden dann prämiert. Und jedes Jahr in einem Buch werden die ausgezeichneten Arbeiten gedruckt und gezeigt. Und jedes Jahr wird dieses Buch von jemand anderem gestaltet. Und ich weiss bis heute nicht recht, wieso Sie mich gefragt haben, das nächste Buch zu gestalten. Ob Sie gedacht haben, ich hätte bei meinen Büchern die Umschläge selber gestaltet oder so. Es hat immer ein Trend an August gemacht, den wir vorhin gesehen haben. Ja, auf jeden Fall haben die mich gefragt, das neue Jahrbuch zu gestalten. Ich fand es sehr komisch und hatte eigentlich reine Idee, wie ich mir das vorstellen könnte. Und habe dann einfach so diese Idee vorgeschlagen und mal geschaut, ob das dann so möglich wäre. Meine Idee war, ein Freund von mir als Stieg, Adria, macht seit 2003, glaube ich, das Turpo-Magazin. Das ist ein Heft, das hat immer ein Thema. Da hier waren zum Beispiel Porträts von Straß. Das waren so Comic-Figuren oder das ist die Straße. Und dann angefangen hat es dann so, dass ich dieses eine Thema hatte und dann haben immer ganz viele Leute dazu etwas gezeichnet. Und ich habe dann diese Zeichnung gesammelt und an seinem Fotokopieren eigentlich an der Hälfte daraus gemacht. Das war im Sinne einer Auflage von zwischen 50 und 250 Stunden. Das Gute an diesem Magazin war eigentlich, dass man ein Abonnement lösen konnte für 30 Krankenlose. Und dann hat man zwölf Ausgaben mit B-Post in einem Kuwe nach Hause geschickt gekriegt. Und am Anfang war das sehr regelmässig. Jetzt kam das wirklich so jeden Monat und irgendwann hat sich das verlaufen und es kam vielleicht noch eines im Jahr. Oder wenn man Glück hatte, zwei im Jahr. Und man wusste nie, was kommt oder irgendwas. Und was er aber immer schon gemacht hat, war wieder in der Mitte, La Dösien-Shop, war eigentlich wie so, dass die Zeichnungen, die in früheren Ausgaben rausgefallen sind, weil die nicht gut genug waren für das jährliche Thema, hat er dann einfach wild gemischt und dann eine zweite Chance gegeben. Und damit ein Heft gemacht. War das auch so. Meine einzige Idee für dieses ADC-Buch war, dass man mit den nicht prämierten Arbeiten arbeitet, die nicht ausgezeichnet wurden und denen eigentlich eine zweite Chance gibt. und meine Idee war halt, dass man zum ADC-Buch, das dieses Format und diesen Umfang hat, dass man ein zweites Buch macht, das eigentlich so in Form identisch ist, wo drin aber eigentlich mit den Arbeiten, die nicht prämiert wurden, gearbeitet wird. Und dass das dann eigentlich als Turbomagazin funktioniert und dann auch so im Abonnement verschickt wird. Früher immer kamen diese Heft und dann kam plötzlich so in diesen Buch. Das war so meine Motivation eigentlich. Und das ging dann wirklich. Also sie haben gesagt, ja, also ihr könnt das machen und ihr kriegt auch 400 Exemplare extra für euch, zum Verschicken und Verkaufen. Und wir haben dann einfach alle diese Werbung gekriegt. Also dieser Wettbewerb ist wirklich so, diese Werbebüros, die müssen auch so 50, 70 Schwarz-Kartons ihre Kampagnen mit Klebesprüher so aufkleben und das einreichen. Und wir haben dann einfach alle die gekriegt, die nicht ausgezeichnet wurden, gar so eine Wackendatung mit Werbung. Und wir haben dann ziemlich einfach und klassisch einfach mit Schere, Fotokopier, einfach Collagen gemacht, mit diesem Material. Und es war halt ziemlich viel, dass man muss diese Dicke kriegen, damit es das gleiche Buch ist, wie das Original eigentlich. Am Anfang war es lustig und dann irgendwann wird es halt ein bisschen mühsam. Und irgendwann ging auch das Material aus, weil es war so und so viel nicht prämierte Arbeiten vorhanden. Und wir haben eigentlich Arbeiten und geschnitten und geklebt und kopiert, aber nichts weggeworfen. Und irgendwann war man zwei oder dreimal schon durch den ganzen Stapel durch und es hatte nichts Neues mehr, was motiviert war, damit zu arbeiten. Und dann haben wir angefangen, die Rückseiten von den Papieren, bei denen wir vielleicht etwas ausgeschnitten haben, auf den Kopieren zu legen. Und da kamen so abstrakte Bilder dabei raus. Das war wahrscheinlich ein Ohr, das wir ausgeschnitten haben oder das in einem Logo oder so. Und dann die Rückseite vom Papier gab es noch solche Sachen. Und so kamen wir dann eigentlich darauf, auch abstrakte Collagen zu machen, so zu arbeiten. Und das hat extrem geholfen dann auch, um das Volumen des Buches zu bewältigen. Und das hat auch so extrem neue Energie reingebracht, um wieder daran zu arbeiten und weiterzumachen. Als das Buch dann gedruckt war, fertig, haben uns diese abstrakten Collagen eigentlich sehr an Malereien oder Kunstwerke in alten Katalogen erinnert. Also wenn man im Buchantikariat alte Ausstellungskatalogen anschaut, dann ist ganz oft der Umschlag ist farbig gedruckt und innen dann aus Kostengründen alles schwarz-weiss. Und dann kann es sein, dass das eben so ein Katalog von abstrakten Expressionismus und ganz farbigen Bildern und innen ist dann aber einfach alles schwarz-weiss. Und man, ich hab dann immer so das Dienst und ich so fragte, aha, wie sieht das echt aus? Und so ist ja nun eine Reproduktion, eines Kunstwerks, eine Ballerei eigentlich, verkleinert und extrem reduziert in der Farbe. Wie geht der Schritt zurück eigentlich? Wie geht der Schritt von der Reproduktion zurück zum Original? Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, also wie geht das jetzt? Wie wäre dieses Bild denn im Original? Und dann haben wir eigentlich angefangen, die Bilder aus dem Buch original als Malerei zu machen. Und dann haben wir uns ganz einfach gefragt, okay, wie wäre die Farbe? Wie groß wäre das? Wie schaut das aus? Und uns war wichtig, dass es echt wird, dass es nicht einfach ein Spaß ist oder so ein Witz, dass es nicht ironisch ist. Und deswegen, nein, es könnte schnell sein, so mit diesen blöden Formen und so, dass es so als Witz wirkt. Aber es sollte kein Witz sein. Es war ganz ernst. Und dann sind wir auch in der Größe großgegangen, dass es so, hat auch so nach echter Malerei ausschaltet werden. Das ist dann ja eine Doppelseite aus dem Buch und dann wie das halt umgesetzt ist als Malerei. Also wir haben einfach entschieden, wo welche Farben sind und was. Und dann eigentlich das Ding aus dem Buch mit Siebdruck drüber gedruckt auf Leinwand und so auf Keilbar mehr aufgespannt. Und irgendwann wurde es uns zu langweilig, eigentlich nur einfach die Farben zu geben und fertig. Und wir haben, das war eigentlich auch wieder dasselbe Problem. Wir hatten nur so und so viel abstrakte Bilder im Buch und waren nicht mehr unbedingt zufrieden, vielleicht mit denen und dachten, das reicht nicht, damit es eine gute Malerei gibt und haben die noch erweitert dann eigentlich im Aktivier. Zum Beispiel mit dem Fährten. Ja, wir haben ja eigentlich weitergearbeitet an den Bildern und die ist wohl gemacht. Also sind das alles gedruckt? Oder Malereien? Ja. Das sind Malereien, die zum Teil gemalt sind und einen Teil dann gedruckt. Also Unterschiede für uns ist das eigentlich wie so das Drucken, also ob wir die Farben mit dem Pinsel oder dem Rohner oder Siebdruck aufbringen. Ist so ein bisschen... Ich sehe Siebdruck eigentlich immer so als ein Lauter der Pinsel oder so. Das sind auch... Das sind dann auch keine Editionen mehr, so. Die sind der geilste Stück. Und dann haben wir eine Ausstellung gemacht mit Dimitri. Auch hier. Ja, es ist ein Paintings & Chucks, also einfach Gemälde und Krüge. Und wir haben Gemälde gemacht, sie haben eine Krüge gemacht. Und das Gute war, dass die Räume so groß waren. Das war 2012. Wir haben uns vorhin mal erlebt, was wäre ein guter Raum für diese Arbeit. Diesmal, weil du dachtest, man ist einfach möglichst weiss und möglichst groß und so. Und dann einfach, das war nach dem Hemd, das kommt gleich wieder zurück in das Buch, sind irgendwie zwei Malereien zusammen, hier eine Doppelseite in einem Buch. Wir müssen ein bisschen sagen im Tempo, ich meine, das geht ein bisschen zu lang. Gibt's noch viel? Gibt's noch viel? Ja, nicht so, ich mach mal ein bisschen. Ja, was eigentlich, was mich interessiert war, ist so ganz etwas Einfaches, Blödes, Kleines eigentlich zu machen. Das ist dann ein nächstes Turbo-Magazin, das wir gemacht haben, so ganz klein, so 7 cm hoch etwa. Danke. Das ist Fundament. Und darum, wir möchten so die Grundlage machen, möglichst einfach werden. Eine Idee beim Machen war auch noch etwas wie so, dass man dachte, aus Spick, wie heißt das auf Deutsch? So, wenn man eine Ausnahmeprüfung in einer Kunstschule machen will, kann man das so bescheißen brauchen für so Kompositionen. Ja, das haben wir auch ganz einfach mit Schere, haben dann Fotokopier gemacht. Und was mich daran interessiert, ist eigentlich so etwas Kleines, das sehr schnell gehen kann und auch im ersten Moment sehr blöd sein kann. Das aber dadurch auch eine Qualität hat, von eben spontanem und ungenau und schnellem, das eigentlich zu transportieren in etwas Großes, Ernsthaftes, Erhabenes. So. Und dann mit den Fundamentals haben wir auch eine Ausstellung gemacht, haben wir jetzt anders auch nicht mehr einfach das Schwarz-Weiss-Pfeil genommen, darunter Farbe gemacht und das drüber gedruckt. Da haben wir jetzt eigentlich das mehr auf Farbe gedruckte Leute das Bild nicht mehr einfach so aus zwei Schichten angeschaut, Farbe und Schwarz-Weiss, die haben gar keine Schwarz mehr so direkte umgesetzt. Das war ganz kurz, ja genau. Eigentlich wie man, was ich auch immer gut finde, ist für Einladung, für Ausstellungen, wie man damit auch eigentlich Kontext zur Ausstellung bringen kann. Also dass man nicht einfach ein Bild bringt auf der Einladung, dass dann auch in der Ausstellung zu sehen ist, sondern dass wir eigentlich, dass wir mit diesem Bild auf der Einladung eigentlich einen Hinweis darauf geben, dass die Malereien, die da in der Ausstellung zu sehen sind, eigentlich einen Ursprung beim Fotokopieren haben. Das war dann ein Zeitungsartikel und da haben wir auch extra dann eine Reproduktion des Buches genommen, das auch wieder einen Hinweis eingeben könnte, wenn es denn jemand sieht oder versteht, was man dann in der Ausstellung oder in der Ausstellung ist eigentlich nur das zu sehen, dass man mit der Einladung oder der Zeitung oder was halt so Hinweise gibt und einem den Weg aufzeigt, um das nicht alles erzählen oder schreiben zu müssen, also bildnerisch erzählen kann. Das ist auch wieder einfach an verschiedenen Orten verschieden gehängt. Das war dann noch, das war dann in Milano eine Ausstellung, da ging es darum eigentlich, das war eine Ausstellungsreihe, da haben die Leute immer auf diese Wand gemalt, das ist eine 15 Meter lange Wand, da mussten wir eigentlich auch die Wand malen, das war ein bisschen komischer für uns, aber dann ging auch wieder von diesen Kopien von diesen Fundamentals aus und haben dann eigentlich dieses Foto benutzt, das wir gemacht haben von den Schwarzweizpupinen am Boden und haben dann eigentlich eins zu eins einfach die Bilder so ausgeschnitten und dann so an die Wand gemalt, deswegen waren die dann auch so verzogen, weil die halt einfach vom Foto direkt so auf die Wand übernommen wurden und weil das dann ein bisschen schräg war und daher waren die dann verzogen. Vielleicht ein bisschen als Verbindung, was das dann für mich noch mit Fotografie zu tun hat, ist eigentlich immer noch, früher hatte ich ein Negativ, hatte ich das Bild und habe irgendwie nach Wegen gesucht, das zu einem physischen Objekt zu bringen, das alles stellen zu können. Ich hatte etwas Kleines und wollte sie zu einem Objekt hinbringen und hier machen wir eigentlich jetzt immer noch dasselbe. Also etwas Kleines, eine Vorlage, wie bringt man das groß hin? Also ja, wie setzt sich das um, wie ist die Verschiebung in der Größe, wie ändert sich das im Material und eine Vorlage da zum fertigen Werk eigentlich. Diese Arbeiten jetzt seit diesem ADC-Buch sind eigentlich alle zusammen mit Adria. und Adria hat eine Freundin, die ist aus Bogota und da ist er auch, war jetzt oft auch da in Bogota und damit wir nicht aufhören müssen zu arbeiten, und wir haben eigentlich in dieser Zeit, haben wir viel jetzt über Computer oder über Telefon zueinander hin und her geschickt. Und dann, eigentlich so, wie einer schickt etwas, der andere arbeitet weiter und das sind dann eigentlich wieder diese Vorlagen und die setzen wir dann wieder um. und im Moment ist etwas, was uns stark interessiert, ist auch so diese Wiederholungen eigentlich. Also wie so, noch blöder, so diese einfachen Sachen und dann bringst du es noch zweimal und dadurch kann das extrem verwirrend werden und man kann, ja, muss da lange hinschauen und plötzlich tut sich extrem viel auf, ob alle Sachen im Moment sehr blöde. Es kann dann einfach sein, ja, wir sind das halt rund und dann hat man ein bisschen viel schon immer diesen Kreis gesehen, dann macht der andere dann halt noch vier Wecken drüben. Eigentlich wäre es gedacht, dass man am Ende zu einem Bild kommt, aber jetzt haben wir angefangen, beide zu benutzen, weil das auch so einen Weg aufzeigt eigentlich. diese Wiederholungen bringt, ja, kann man viel dann denken. Oder auch Wiederholungen dann im Bild. Dann hat mir auch angefangen, eigentlich auf dem Telefon und iPad zu zeichnen und das hier und her zu schicken. Das ist dann eigentlich nur so ein Teil vom Telefon und dann umgesetzt auch auf die Leinwand. Also das ist das letzte, ja. Das ist eine Publikation, die wir gemacht haben, die heißt der Skulptür, zeigt Skulpturen und da war es eigentlich so, da war eine Buchhandlung in Griechenland. Sie hat uns eingeladen, eine Ausstellung zu machen. Sie haben sehr wenige Bücher für das, dass eine Buchhandlung ist und das gibt Platz sonst noch. Und da haben wir gesagt, ja, klingt doch gut, schick uns bitte einen Plan und Bilder vor, damit wir eine Vorstellung haben, wie das ausschaut und damit wir wissen, was Sinn machen würde, da zu zeigen. Und dann haben sie uns irgendwie drei Bilder von den Räumen geschickt und da waren überall so diese komischen Räume drauf. Das war eigentlich so das Auffälligste, dass die da so selber gezimmerte Designmöbel drin hatten. Und unsere Idee war eigentlich, dass wir mit diesen Bildern von den Räumen, die sie uns geschickt haben, diese Fotos, dass wir eigentlich die als Rohmaterial brauchen, um damit Bilder zu machen, wieder eigentlich um Fotokopieren. Dass wir diese Formen von diesen Möbeln eigentlich brauchen, um Bilder zu machen. Jetzt kamen da aber keine Bilder raus, sondern Skulpturen. Beim Machen wurde dann klar, ha, es gibt keine Bilder, es gibt Skulpturen. Und dann haben wir dann eigentlich eine Arbeit gemacht, die wie so ein Reproduktion, also so Fotografien von Skulpturen eigentlich. Und gleichzeitig hat uns jemand gefragt, eine Publikation zu machen. Da sagten wir, super, das geht gerade zusammen, da können wir den Katalog eigentlich für die Ausstellung machen. Und die Ausstellung gibt es dann gar nicht wirklich, sondern eigentlich nur Bilder der Werke. Und die Ausstellung kam dann gar nicht zustande, weil da die Kommunikation wirklich schwierig war. Aber eigentlich wie bei den Bildern vorher, wo man eigentlich erst ein Abbild hat, eine Reproduktion des Werkes und hinterher das Original macht. Aber bei mir geht es eigentlich bei den Skulpturen daran, dass man das Abbild, das Foto eigentlich, der Skulptur hat. Und hinterher jetzt das Original. Und dann machen wir die jetzt aus Fetto. Und das ist auch wieder das Gleiche wie so, wie schon bei den ersten Ausstellungen mit den Fotos. Wie setzt man das um und man hat diese Vorlage, wie bringt man das? Also bei der Fotografie entscheidet man sich beim Papier oder der Technik und was. Die Größe ist immer wichtig oder wie der Maßstab, diese Größenverschiebung ist eigentlich für dieselbe. Und da arbeiten wir jetzt im Moment daran, diese umzusetzen und schauen, ob das funktioniert. Es ist eigentlich viel dasselbe. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass bei den Fotografieren hat das dasselbe, bei den Malereien und jetzt bei den Skulpturen sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Es kommt ein bisschen was anderes dabei raus, aber es sind die gleichen Fragen. Also stimmt, da war nicht was besser. Eigentlich, ich fotografiere aber auch immer noch, aber viel weniger. Und vor allem meine Familie. Und ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, wenn ich jetzt alle Jahre etwas zeige oder präsentiere oder ein neues Buch mache mit so diesen Familienbildern. Weil das kann sehr anstrengend werden für jemanden unbeteiligt. Und eigentlich sammle ich diese Bilder jetzt. Ich stelle mir vor, dass es in 22 oder 30 Jahren interessant sein könnte für jemanden. Aber im Moment eigentlich sammle ich die nur und arbeite nicht damit. Das war ein Heft aus Italien, das Thema Familie hatte. Und die haben mich gefragt und dachte ich, wenn es so gut passt, ist es sehr gut. Und dann habe ich eigentlich einfach aus diesen Bildern heraus eine Strecke für das Heft gegeben. Und das ist eigentlich was ich für mich noch fotografiere, diese Bilder. Das war ein anderer auch schon zusammen mit, das waren auch die Familienbilder. Das ist Erik van der Weyders, ein Fotograf aus Holland, der in Brasilien lebt. Und da hat es für mich gut funktioniert, weil der hat auch diese Bilder von seiner Familie. Und da haben wir ein bisschen Memory gemacht. Das ist eigentlich wie so. Jede Familienbilder, da findest du immer bei Martin, wie du dir entsprechen. Und so, es war ja so. Jeder hat das Gleiche. Und dann haben wir so eigentlich die gemischt und so ein bisschen Memory, so die zwei, die eigentlich dasselbe sind. Das ist schon wichtig, dass die Prozesse. Ja, weil es halt auch hier die Fotografie ist, wo ich halt auch studiert habe. Diese Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, es hat immer noch viel damit zu tun, was von Anfang an die Probleme waren. Ja, ich weiss nicht, ob ich es auch verstanden habe, weil das muss dann ein bisschen schneller gehen. Gibt es noch Fragen? Ja, die ersten Bücher, die sind erst aufgewählt, und die im Prinzip hier auflesen und schliebe ich die Zeit. Also beim ersten Buch zum Beispiel, jetzt habe ich ja alles selber finanziert, oder? Ah, das habe ich zum zweiten einfach vergessen. Ja, da dachte ich eigentlich erst so, ja, wenn ich ja das schon selber finanziere, dann mache ich gleich meinen eigenen Verlag und bringe das selber heraus und so. Und habe dann aber doch Benjamin gefragt, der den Jeves Verlag macht. Weil ich glaube, Urs hat mir gesagt, wäre wahrscheinlich schon gut, wenn man so ein bisschen Vertrieb hat und so. Und ich habe dann ihn einfach kontaktiert und so ein paar mitgezeigt und gefragt, ob er das herausbringen möchte. Und weil ich das auch selber finanziert habe, fand er, das war eine leichtere Entscheidung für ihn auch. Aber wahrscheinlich, wenn ich da zu einem Verlag gegangen wäre und die das auch noch selber, also sie das finanzieren hätten müssten, wäre das wahrscheinlich komplizierter gewesen. Und ich hatte einfach dieses Glück, dieses Geld zu haben. Und auch beim zweiten Buch mit den Gesichtern, da habe ich für den Siemens-Geschäftsbericht gearbeitet, so als Fotografen, wirklich so schlimm, ich habe das nicht mal unter meinem Namen gemacht. Ich habe dann einen falschen Namen genommen und dann haben die nie bezahlt und ich habe immer so bezahlt und am Ende haben sie doppelt bezahlt, weil sie so ein Durcheinander hatten. Und dann mit diesem Doppelten bezahlt habe ich das Gesicht gemacht, so. Aber eben, aber dann das Duma-Hole-Movello, das war dann viel günstiger und haben die einfach in der Auflage viel weniger gemacht und habe viel selber gemacht und damals dann viel günstiger. Das andere war der Vertrieb, oder? Ja, eben, also zum Beispiel, ich habe dann auch sehr viel auch selber gemacht, das war auch 2006, da war der Vertrieb einfach nicht so toll wie jetzt. Ich war da zum Beispiel in New York, meine Mutter, die macht so Porzellan-Kuppen und die hat da jedes Jahr eine Kuppen-Messe in New York. Und ich bin da mitgefahren, mir da zu helfen, sie kamen nicht sehr viel dämlich. Und dann habe ich einfach eine Kiste mit 100 Büchern mitgenommen und bin in die Nagelbuchhandlung und habe die da gebeten. Einige haben gleich bezahlt, die meisten haben Kommission. Und dann bin ich dann einfach ein Jahr später dann das Eintreiben gegangen. Und sonst, jetzt funktioniert das auch schon viel besser, gibt es da Motto-Distribution. Den habt ihr auch eine Weile in einem Laden in Zürich jetzt nicht mehr, das hat nicht so funktioniert. Aber jetzt in Berlin, und der macht eigentlich auch guten Vertrieb. Und es gibt eigentlich schlussendlich zwei, drei Orte. In New York ist das Prinzip Märkter oder ein Buchhandel, der auch sehr guten Vertrieb hat. Es gibt so einige wenige. Und wenn man das denen geben kann, ist das eigentlich schon sehr gut verteilt. So. Ich hatte auch einen Freund getroffen einmal, der hat früher auch so die Schwarzheiß-Kopiehefte gemacht und hat in den Kiosk oder in den Buchhandlungen andere Bücher, die er gut fand, reingetan und gehofft, dass dann, dass jemand mit gutem Geschmack da seine Arbeit findet. Auch ein guter Erfolg. Wie schwer sind diese Beton zu tun? Das ist das größte Problem momentan. Also der kleine Depreseranz da, der klein war, als das das Kind. Der ist etwa 150 Kilo. Und das geht gerade noch so, aber die anderen sollen größer werden. Es geht überhaupt nicht nur den zweiten. Die Bilder waren noch von heute. Die haben wir heute unten ausgepackt. Da haben wir jetzt so Leitbeton, Liapor heisst der. Oder Diaver, diese. Das sind so aufgeblähte Glasstücke. Da nimmt man anstatt Kies, nimmst du diese Glasstücke, um das Volumen zu geben, dem Zement. Und der ist jetzt ein bisschen leid, etwa halb so schwer, der Zement dann. Aber auf diese Größe wäre es immer noch viel zu schwer. Da haben wir jetzt innen einen leichten Sagex-Kern eigentlich. Und da ist nur noch etwa so dick die Wand. Aber ich weiss nicht, ob es hält. Das war jetzt der erste Versuch. Und das andere wäre, dass du einfach in Sagex schon das Positiv machst, nicht das Negativ zum Gießen, sondern einfach schon das Positiv in Sagex machst und das nur verputzt. Und das wird extrem leicht. Wir haben auch einen so gemacht. Aber es stimmt nicht. Es ist dann halt aufgetragen. Es hat nicht dieses Negative vom Gießen. Und ich habe gemerkt, dass uns dieses Gießen ist extrem wichtig. Es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Prozess wie das Drucken. Du machst etwas und dann ist es eigentlich so. Du kannst es nicht mehr verbessern. Es kommt so raus, wie es kommt. Und so funktioniert es. Wenn du so lange daran arbeiten kannst, lieber weiter. Dann ist das selbe Problem wie bei den Zeichnungen am Anfang. Es funktioniert nicht. Aber das Gewicht ist das große Problem bei dieser Arbeit. Es ist schwierig. Ja. Sorry, Herr. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Meine Kindle von Schausch her. Ja. Ich bekasse keine Erleitung. Ich habe nicht. Whether es mir im Gehörtchen hat, das ist mir in der Gericht. Ich habe nicht in die Gericht. Ich bin in den Gehörtchen. Ich habe nicht in die Gericht.